Hallo liebe Filmfreunde und Willkommen zu einem neuen Steepbook Unboxing. Auch wieder mal ein etwas älterer Film und zwar die Monster AG. Jawoll, das ist der erste Film von der Monster Reihe. Kann ich da Monster Reihe sagen? Ich glaube schon. Ich bin gespannt. Ich habe die immer nur im Fernsehen gesehen, so Ausschnitte. Also wenn man mal ein bisschen rumzappt und ich kriege den Scheiße nicht auf. So, so langsam wird es. Und ja, ich bin echt gespannt. Auf jeden Fall wieder ein Film für meine Tochter und für meinen Sohn. Wo wir das dann anschauen können. So, jetzt sah man auf. Wow. Ja, ist von Disney Pixar. Auf jeden Fall glänzend gemachtes Frontcover. Sieht auf jeden Fall cool aus. Also, außer die Monster AG. Der Schriftzug ist jetzt nicht glänzend, aber der Rest ist glänzend gemacht. Sieht auf jeden Fall cool aus. Mit dem Monster hier vorne drauf. Wäre jetzt cool mit dem Lantikola-Effekt. Aber naja. So, dann gehen wir mal auf das Bein. Da hätten wir oben den Verlag. Disney Pixar. Dann die Monster AG. Der Filmtitel. Und dann unten nochmal Disney. So, dann hinten haben wir dann den Inhalt, um was es in diesem Film geht. Dann hätten wir die Extras. Dann noch ein Bildchen. Dann kommt der Ton in DTS HD 5.1 daher. Und dieser Film geht 91 Minuten. Ja, so schaut es aus. Also, vorne sieht es cool aus. Hinten, ja. Mit der Inhaltsangabe und so. Ist immer ein bisschen schade. Aber gut, wenn es nicht so eine Karte da vorne dran gibt. Oder hinten dran. Dann ist es klar. Irgendwo muss ja der Inhalt stehen. Und die technischen Daten. Jetzt ist mir noch das Ding da runter gefallen. Die Information, was im Steve-Book war. Naja. So. Jetzt haben wir hier die Blu-Ray. Hauptfilm und Extras sind hier drauf. Und was haben wir hier? Da sind die Extras auch nochmal drauf. Also, manche viele Extras. Ja. Und leider. Der Innendruck ist leider kein Innendruck. Weil es keinen Innendruck gibt. Ach ja. Ja. Also, wie gesagt. Vorne sieht es cool aus. Das Cover. Hinten jetzt ja nicht. Und innen drin überhaupt nicht. Aber ich bin auf diesen Film gespannt. Und ja. Jetzt habe ich das wieder aufgesammelt hier. Das Ding da. Und ja. Ich liebe Animationsfilme. Sind echt ein cooler Zeitvertreib ab und zu. Wenn es mal echt wirklich draußen regnet. sind. Oder einfach scheiß Wetter ist. Äh. Kann man sich sowas mal anschauen mit den Kindern. Und da sind sie auch beschäftigt. Da die anderthalb Stunde. Und ja. Und ich schaue es ja auch gerne. Es sind echt coole Filme manchmal dabei. Oder eigentlich die meisten finde ich. Und ja. Dann war es das jetzt. Von. Von die Monster AG. Ähm. Ich glaube der zweite Teil heißt Monster Uni. Und ja. Dann war es das jetzt. Zum zweiten Mal. Wenn das Video euch gefallen hat. Daumen nach oben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich. Bleibt dran. Bis dann. Euer Steffo. Ciao.